hallo leute mir stehen schon vom eisenkönig ja peter winkt dann mache ich das aber nicht kurze frage an das publikum ist der alte eisenkönig hat er nicht ähnlichkeit mit belial aus diablo 3 will er sagen wie sauron und der heiß von herr ringer dieses feuer fieder ja ich glaube war der 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 ringe schmiede tut ja genau weiter den der an das darunter gezogen hat ja genau das sind normal aber mir kommt davor auf jeden fall wie so eine inspirierte fahnen figur gehen wir mal rein ich breche das intro ab ja und schon kommt er der alte eisenkönig jetzt müssen wir mal gucken dass wir uns nicht gegenseitig behindern ja das ist das größte problem ja das liegt schon mal gut das liegt doch besser jetzt gut naja ja 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 dann warum laufen da genau rein kann das mal jemand sagen damit mich ein bisschen näher herkomme los sind ein guter kollege ja nee oder ja jetzt kommt er mal her soll ich jetzt den bogen nehmen was macht man jetzt achtung weil man zu zweit aussehen konnte soll achtung bleiben ich bin bewegt ich weiß es nicht er ist näher gekommen steht du arschloch ob was macht ich konnte gerade ein schlag lande jetzt ob drauf weg drauf was gibt scheiß monne es gibt es denn jetzt oh god mehr das ist so eine 그�irychen um oder lustig ist dabei jetzt ist er das cost und ich sie pyram genau so und jetzt machen wir noch mal das schmilzer vielleicht es ist nicht so ohne also ich hab was 80.000 sehen und hab ja will ich sehr ausgeben machen wir schon noch vielleicht einer rechts einer links das könnte gehen ja also dass du sagst ich bleibe auf der rechten seiten und ich versuche auf der linke zu bleiben okay ich komme ich mal rüber und jetzt am leben bleiben vielleicht das kann ich nicht besprechen oder wo das jetzt gesehen ja jawohl schaden von dir das habe ich jetzt ich glaube ich mache dem obastrophe wenn er mich schluss achtung das ist klasse der konzentriert sich vor luft die ich achtung das war super freunde ja klasse pflicht erfüllt ich stelle mich immer so tappisch gut der peter winkt und ich bin mich besser dann mache ich ein kurzer schnitt ich nehme gleich auf so freunde da sind wir wieder ja jetzt müssen wir mal bei mir sind wir ja abgekackt also ich filme ich weiß nicht warum mehr ich hab schon wieder vergessen aber mit peter lustig hat gleich geklappt jetzt hier haben wir auch noch mal ruf symbol lash ist hier als erkunder er erkundet also praktisch die ganze gegende ja das ist ein new game plus spieler schon da hat es golden wo stehst du eigentlich immer immer wo stehe ich eigentlich am luftfeuer die sind doch wollten wenn sie diesen reit haben von soler oder die sonne steigt ja keine ahnung also ich auch auch okay ich dachte immer das wäre wenn sie im jugend plus sind denn das ist der sonne steigt okay so moment wir müssen jetzt darauf symbolik ich habe sie gelegt okay wo ungefähr genau vom lagerfeuer genau vom lagerfeuer gut dann rechtlich nur errascht dich nur noch rasten ist immer gesund vielleicht ist es so weit oder oder bin ich jetzt wochen sehen der durch gar nicht hochgerüstet trotzdem habe ich ja die sehen bekommen 922.000 740 habe 985.000 eben das ist jetzt ziemlich an der grenze vielleicht aber ich habe dich gerufen vielleicht war es aber mit den 50.000 etwa ich habe 60.000 mehr als du ja ich konnte es nicht sagen ist das erste mal dass ich koop spielen keine ahnung ja ja das waren so ein gerücht irgendwas ist so irgendwas muss drauf soll ich weiß nur von flash dass der desto arm und probiert und irgendwas war da so geschafft ja klasse vielleicht hätten sie da auch was gemacht obwohl in letzter zeit ist kein patch patch mehr kummer oder macht da war dann auf dich user endet your channel ah ok wieso bin ich zweimal user in your channel time doubt ah ja was ist denn das ich habe eben gerade ein disconnect und deswegen disconnect also das ist dann einfach vom ts geflogen weil es ist abgestoßen muss ich denn jetzt allein machen du nein nein ich komme jetzt komme jetzt komm jetzt komm jetzt ok da hat innen叫l genau das wollte ich wieder die koel ist krass oder sich das mehr nicht das hat vorher nicht gemacht diese rolle die ich jetzt gesehen habe habe ich vorher nicht gesehen so freundin wir gehen einfach nur neu wir machen es aber wieder so du gehst wieder rechts okay okay und ich bleibe irgendwie liebe jetzt das ist natürlich scheiße auch und nicht getroffen scheiße der ist zu weit auf der zeit wünscht die schnee der wo machst du dem schade aller ist das auch das ist nicht gut ist das gras oma seele da liegen ja noch seele von mir 38.000 scheiße man das ist echt scheiße was der macht jetzt haben wir den aber noch einmal so ein ding dann ist er weg er geht auf mich okay das war jetzt taktisch uklug ja nee oder wo ist er die spiel ach so ich habe eben gedacht er holt nur mal aus er ja wink ja genau super ich bin ich am ok nee ich muss erleichter ich und jetzt ins loch neu geholt das wäre es gewesen so freunde ok super auch schade ich mache ein gut